Musik Willkommen zurück auf Station, diesmal von der Inneren Medizin an Lauchhammer, wo wir jetzt gleich die leitende Oberärztin Anna Fölz treffen, die uns erstmal erklärt, was es mit der Inneren Medizin so auf sich hat. Hallo Frau Fölz, grüß Sie. Grüß Sie, Herr Seidemann. Innere Medizin, habe ich unseren Zuschauern gesagt. Was ist denn innere Medizin? Innere Medizin, das ist nicht der Röntgenblick, den wir von außen auf den Patienten haben. Wir haben die Möglichkeit, eine Darstellung der inneren Organe mit der Funktionsdiagnostik zusammen im Rahmen des Ultraschalluntersuchung, der Magenschmiegelung, der Darmspiegelung, auch die Spiegelung der Gallenwege durchzuführen. Das heißt, Patienten, die hierher kommen, denen geht es entweder akut schlecht, durch den Rettungsdienst gebracht, oder kommen auch bewusst hierher und sagen, ich möchte hierher kommen? Da gebe ich Ihnen recht. Wir haben 70% Notfallgeschäft. Patienten stellen sich in der Notaufnahme vor und wünschen eine Untersuchung aufgrund akuter Beschwerden, aber auch hausärztliche Fragen, ca. 30%, wo der Hausarzt sich bereits vorher Gedanken gemacht hat und uns um Mithilfe bittet bei der Untersuchung, um dem Patienten eine Diagnose zu schenken. Haben wir denn eine Patientin da, zu der wir mal gucken können? Aber sicher doch. Eine Patientin hat einen unklaren Bauchschmerz mitgebracht. Der Hausarzt sagt, helft uns. Wir machen das Angebot. Kommen Sie mit, Herr Seidemann. Ich zeige sie Ihnen. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Fölz. Ich bin die Oberärztin hier in der Klinik für Innere Medizin in Lauchhammer. Was führt Sie denn zu uns? Ich hatte Bauchschmerzen, bin deshalb zum Hausarzt gegangen und der hat mich hierher überwiesen, dass das abgeklärt wird. Da sind Sie genau richtig bei uns, wie 2000 andere Patienten im Jahr. Auf was haben Sie sich denn eingestellt bei uns? Heute auf Ultraschall. Im Bauchultraschall werden wir feststellen, ob sich noch im Anschluss eine Magen- oder Darmspiegelung ergeben wird. Die Schwester Peggy kommt zu Ihnen und wird Sie auf die folgenden Untersuchungen auch gerne vorbereiten. Seine CD hat er im Zimmer und dann kann er gehen. Ja, klar. Alles klar. Danke. Hallo. Hallo. Hallo, Schwester Peggy. Hallo. Darf ich kurz nochmal fragen? Wir waren jetzt gerade mit Frau Fölz schon bei der Patientin. Und Sie sind die, die die Patientin jetzt gleich vorbereitet für die Untersuchung. Genau. Was unterscheidet denn Pflege in einer inneren Station von der Pflege auf einer chirurgischen Station? Pflege an sich unterscheidet nichts. Pflege hat den gleichen Auftrag. Der Mensch ist unser Patient und der steht im Mittelpunkt in dem Tun und Pflege ist Pflege. Fachspezifisch haben wir natürlich Unterschiede. Jeder hat sein Fach. Wir bereiten die Untersuchung vor, wir diagnostizieren die Erkrankung und leiten dann an die anderen Fachgebiete weiter, wie die Chirurgen. Wenn wir leider Gottes ein Tumorgeschehen gehabt haben, das dann operativ versorgt werden muss. Schwester Peggy, Hand aufs Herz, Beruf oder Berufung? Als Beruf gewählt, zur Berufung geworden. Das ist, glaube ich, mal wirklich auf einen Punkt zusammengefasst. Und insofern will ich gar nicht länger stören. Und ich glaube, die Patientin wartet auch schon. Genau. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Unsere Patientin geht jetzt in die Funktionsdiagnostik. Die ist hier in den Sana Kliniken Niederlausitz top ausgestattet und absolut modern, damit man den Blick nach innen werfen kann. Ich steige jetzt in den Fahrstuhl und dann sehen wir uns unten wieder. Hallo Frau Birkholz, grüß Sie. Hallo Herr Seidemann. Sie sind ja unsere Oberärztin, die alle Patienten der inneren Medizin auch wirklich von innen sieht. Was sieht man denn da so? Genau, wir führen ja hier Gastroskopien, Koloskopien und Gallenwegspiegelungen durch. Zudem noch die Endosonographie. Das sind alles Untersuchungsverfahren von innen. Da schauen wir uns den kompletten Magen-Darm-Trakt an bis hin zu den Gallenwegen. Okay, und ich habe vorhin gerade unseren Zuschauern gesagt, das ist eine sehr, sehr gut und top modern ausgestattete Funktionsdiagnostik. Wir sehen das ja hier auch so ein bisschen. Was macht denn unsere Technik hier so aus? Das ist vor allem die ganz moderne Videoendoskopie, die wir hier an zwei Arbeitsplätzen mittels Gastroskopie, Koloskopie haben und noch an einem zusätzlichen Arbeitsplatz in der Gallenwegspiegelung, ERCP. Zählt man noch mit, wie oft man gastroskopiert und koloskopiert hat? Es gibt in der Facharztausbildung eben noch so einen Leistungskatalog, aber im tagtäglichen macht man das nicht mehr. Okay, nun ist ja eine Untersuchung in der Funktionsdiagnostik nicht unbedingt das, was sich jeder Patient freiwillig aussucht. Ihr Appell als Ärztin, sollte man regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen oder nicht? Gerade der Darmkrebs, die Vorstufen, die Anfangsstadium, die zeitnah zu erkennen, ist die große Möglichkeit der Koloskopie, es frühzeitig zu erkennen, wo es wirklich noch tumoronkologisch vollständig entfernt werden kann und eine Tumorheilung erfolgen kann. Deshalb der große Appell von uns, dass alle zur Darmspiegelung kommen, ab dem 50. Lebensjahr im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, bei familiärer Belastung entsprechend zeitnäher. Vielen lieben Dank, Frau Birkholz und dann alles Gute. Danke. Vielen Dank, Frau Birkholz. Vielen Dank, Frau Birkholz.